Ja, probieren wir's mal, ne? Würde ich mal sagen. Da hat mal wieder ne nette von den Survivern, du musst, du brauchst nöt. Äh, ja, brauch ich, wenn die Gen rushen, dann brauch ich nöt tatsächlich. Weil, man hat's ja gesehen. Ich hätte jetzt maximal nur einen gekriegt. Maximal, wenn überhaupt. Die hat mich jetzt knapp, äh, drei Gens festgehalten. Drei Gens. So, dann geh ich dem nächsten hinterher, dann sind die anderen zwei Gens durch. Joa. Herzschelüstrung soll ich dazu rollen. So, was hat ne Eevee da jetzt schon wieder? Steam Edit. Okay. Ist akzeptiert, Eevee. Machst du denn da schon wieder komische Sachen? So, guck mal mal. Also bitte nicht wundern, ich bin ein bisschen kränklich gerade. Ah, ansonsten alles im grünen Bereich. Schauen wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, was das jetzt hier für ne Runde wird. Naja, wird, wird Zeit, dass sie den Geist endlich buffen. Das kommt wohl... Klingt's ein bisschen verkühlt, ja. Ich, äh, so ganz wohl fühl ich mich auch nicht, muss ich sagen. Gibi. So ganz, äh, perfekt geht's mir dann nicht. Aber, naja, passt schon. Ich wollte deswegen jetzt den Stream nicht ausfallen lassen. Gucken wir mal, gucken wir mal. Dat seufzende Lage aus. Ja, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Wird schon wieder, denk ich... Oh mein Gott, hier hat tatsächlich mal... Hier sind tatsächlich Survivor drin. Es hat keiner, es hat keiner D-Strike dabei. Ich fass es nicht. Wow. Okay, Treffen müssen wir noch mal üben. Du kannst erst mal so eine. Dann wirst du nämlich vorsichtiger. Danke. Ich hab ne Gruppe ohne D-Strike. Ich fass es nicht. Was ist denn hier kaputt? Unglaublich. Unglaublich. Ah, da war klar ab. Na. Was? Oh, dann eben so, ne? Tandemballe geben so mit. Auch gut. ется Temperatur. Es Clyde... Unglaublich. Julian, Montreal. neruve. ok also hier waren sie nicht nochmal dran, schau mal einer an ah ja wach 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 die soll irgendwo hier lagen wach 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 Neun. Weil das war wirklich dreist gerade. Deswegen kriegt er jetzt das... ...das Mori rein. Und Alassia! Willkommen! Hallöchen, guten Abend. Ja. Weiß nicht. Ich auch nicht. Was? Was? Wo geht's hier? Schön ausgewichen. Eigentlich macht das gut. Jetzt reicht's aber. Voll leid. Nein, das Mori ist leider nur grün. Ich hab nur grünes gekriegt. Windu. Ach guck mal, sie hat Quig und Quaid. Alles? Ja. 85. Wie geht's dir? Alles gut. Gut. So, jetzt haben sie den Jen da angeschmissen. Ich glaub ich hab da vorne was gesehen, wenn ich mich nicht ganz schwer getäuscht habe. So, lass mal gucken. Ach, schade. Und schönen guten Abend, John. Auch an dich willkommen. Schönen Dienstag. Die andere hab ich leider nicht mehr gesehen. Das ist das Problem jetzt. Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Gut. Ah, da. Ich seh jo weiße Truhe. Lell. Was? Wow, ich hab echt daneben gehauen. Ernsthaft. Wow. Unglaublich. Ach Gott, die brauchen wir so lange bis die vorbereitet ist. Unglaublich. Alles gut. Ich komm dir mal hinterher bei B. Gar kein Problem. Machen wir. So, jetzt sind wir schon bei zwei. Mit eins. Na, kannst du doch noch mal anderes außer Fenster, Fenster, Fenster? Ich glaub nicht, ne? Mal anderes kriegst du gar nicht im Backen. Länderversuch. Deathheart. Was? Sonst noch irgendwas? Ende. Schiech dem Schaf, Fräulein. Schiech. So, jetzt ist sie gleich tot. Jetzt krieg ich gleich 100% zu hören. Mann, Mann, bist du eine schlechte Huntress. Oh mein Gott. Delete your game. Du bist so schlecht. Ach, scheiße, du bist tot. Die einzige, die ich noch nicht gesehen habe, ist der... ist die Sandilu. Das ist die einzige, die ich noch nicht gesehen habe, das ganze Game. Gameüber. Das ganze Gameüber habe ich sie nicht zu sehen bekommen. Ich übel. Okay. Oh, mei. Ja, ich bin ein bisschen kränklich, aber ansonsten geht's. Tschschi. Das ist die einzige, die ich die ganze Runde nicht gesehen habe. Junge, Junge. Na, oder es kommt halt nix, ne? Die war ziemlich sneaky. Ziemlich ziemlich sneaky. Aber ich habe die Daily fertig. Na, und ich habe endlich mal das Moji mit ihr benutzt. Tatsächlich. Jetzt habe ich wieder alle Killer auf, äh... Grundzustand quasi. Jetzt habe ich mit jedem Killer das Moji nutzt. Weiter geht's. Hat sie wieder so viele Anrufe, John. ... ... ... ... ... Die schlechte Lame. Läuft. Chicken Bomber, da müssen wir auch erstmal drauf kommen. Oh man.